Also ein Beispiel zum zentralen Stoß, zweiermaßen, weiß auch nicht, mir fällt nicht sehr viel Neues ein, alles was ich da drauf habe, aber vielleicht kann man das ja auch durchrechnen, was ich da als Beispiele habe. Ein Beispiel ist etwa, Beispiel zum zentralen Stoß, Kugelschreiber, jetzt müsste der gleich, zentraler Stoß, nicht? Und zwar, vielleicht nehme ich das Beispiel, wo diese zwei Waggons aufeinanderstoßen und dann im Inneren des zweiten Waggons eine Masse sich bewegt. Das ist also etwa so, vor dem Stoß, unmittelbar vor dem Stoß, ein Waggon mit der Masse Groß M stößt auf einen zweiten, gleichen, sagen wir, ganz gleichen Waggon. Und im ersten ist eine zweite Masse drinnen, ein kleines M, das ist ein großes M, großes M. Die Geschwindigkeit V1 des Stoßenden ist bekannt und das V2, sagen wir, ist 0. Also ein Waggon stößt mit V1 auf einen stehenden Waggon, gleicher Masse. Und wir nehmen an, dass der Stoß erfolgt über die Puffer und die sind genau in der Höhe des Schwerpunktes. Damit wir sicherstellen, dass es ein zentraler Stoß ist, das ist genau die Höhe, sagen wir, S ist genau in der Höhe der Puffer. Und nun heißt es ja, es wird der Waggon, der linke Waggon, abgebremst plötzlich von V1 auf W1 und der rechte Waggon wird beschleunigt. Das heißt, nach dem Stoß ist die Geschwindigkeit, wenn ich also da jetzt die wirkenden Stoßkräfte einzeichne, F ist nach links, F nach rechts, das sind die Kontakkräfte innen. Und nach dem Stoß sind also die Geschwindigkeiten hier W1 bezeichnet und die mit W2. Und die Stoßziffer, sagen wir, sei Epsilon. Zwischen den beiden Waggonen, also ein bisschen Verlust mit Epsilon. Und nun sieht man, dass die Masse M, die da drinnen die Lautung darstellt, für den Stoß gar nicht beteiligt ist. Also M ist am Stoß nicht beteiligt, weil die wirkt dann mit einer Reibungskraft. Und das ist eine eingebrägte Kraft auf den Waggon. M-Spieler sind beim Stoß keine Rolle, nicht beteiligt. Nun habe ich da natürlich, glaube ich, M1 und M2 geschrieben, da habe ich gleiche Massen. Ja, doch, die Räder sowieso nicht mit berücksichtigt. Jetzt könnten wir sagen, im Grunde ist das jetzt ein Stoß zweiergleicher Massen. Das heißt, das ist durch die Masse M gegen die Masse M. Und wir mit dem Epsilon, mit diesem V1, und da hier ist 0. Und wenn man jetzt diese Beziehungen anwenden würde, nicht, dass nämlich die Geschwindigkeit nach dem Stoß des Stoßenden, wenn ich also jetzt diese Gleichungen noch einmal hinschreibe, ohne dass ich jetzt so eine lange Ableitung mache über die Stoßimpulse und so, da muss man ja immer diese fünf Gleichungen hinschreiben, nicht, und dann eliminieren. Und das Ergebnis heißt, die Geschwindigkeit des Stoßenden nach dem Stoß ist gleich vor dem Stoß und die wird kleiner, Minus, durch die stoßende Masse M, dividiert durch die Summe der Massen, mal der Geschwindigkeitsdifferenz vor dem Stoß, mal 1 plus Epsilon. Also V2 minus V1 ist dann in dem Fall ja gleich V1. Und Sie sehen, da kommt jetzt raus, dass das W1, die Geschwindigkeit in diesem speziellen Fall nach dem Stoß, gleich ist V1 mal 1 minus 1 halb mal 1 plus Epsilon. Also steht hier 2 minus 1, 1 minus Epsilon halb sollte stehen, mal V1. V1 ist die Anfangsgeschwindigkeit, nicht, mit der der linke Waggon daherkommt. Die Geschwindigkeit W2 des gestoßenen, die ist gleich seiner Geschwindigkeit V2, die war aber 0 und die wird jetzt größer. Die Ursache ist das M1, aber gleich M, dividiert durch die Summe der Massen, mal Differenz der Geschwindigkeit, mal 1 plus Epsilon. Und war das 0, also müsste da rauskommen, ist gleich 1 plus Epsilon halbe mal V1. Das sind die Geschwindigkeiten nach dem Stoß, also der rollt jetzt weg und der wird entsprechend langsam. Und jetzt ist da hier noch gesucht, was macht denn jetzt die Ladung für eine Bewegung. Der Ladung, da wird es natürlich jetzt, der Ladung M im Waggon. Wenn wir jetzt also, das ist die Ausgangssituation hier, und jetzt nehmen wir an, der Waggon sei also soweit noch vorgekommen inzwischen. Seine Koordinate, die Ortskoordinate nennen wir Ypsilon. Und innerhalb des Waggons befindet sich die Masse jetzt hier, das kleine M. Und ihre absolute Koordinate, man muss ja die Bewegungsgleichung immer für absolute, also von einer raumfesten Richtung ausgehend formulieren. Die absolute Koordinate ist X, also auch von dem raumfesten Ausgangspunkt weg daher. Und was wirkt für Kraft auf die Masse M? Es ist im Grunde die Kontaktkraft zwischen den beiden. Wenn ich die mit Rot einzeichne, dann ist das das große M Ypsilon-Zweipunkt, das ist die Bewegung der Masse. Wenn da jetzt, Sie sehen, wenn relativ zum Waggon etwas noch vorrutscht, dann versucht sie den Waggon zu beschleunigen. Nicht? Also, im Grunde ist es so, die Anfangsgeschwindigkeit vom kleinen M ist das V1 noch. Der merkt ja nichts vom Stoß, der Koffer, der da drinnen ist. Der fährt noch mit V1 weiter, während der Waggon es langsamer geworden ist. Jetzt rutscht die Masse M, kleine M, relativ zum Waggon nach vorn und versucht den Waggon zu beschleunigen. Und die Reaktionskraft ist, dass die kleine Masse gebremst wird. Also das ist die Kraft auf die kleine Masse und unterhalb zeichne ich die Kraft auf die große Masse. Und beides ist natürlich eine Reibungskraft, also µmg. Mg ist dann die Normalkraft, das Gewicht der kleinen Masse. Und daher muss ich jetzt für beide die Bewegungsgleichung hinschreiben. Zunächst einmal für die Lautung. M mal x2 Punkt, Masse mal Beschleunigung, ist gleich. Und Sie sehen, die Kraft wirkt auf die kleine Masse in der negativen x-Richtung. Also hier muss ich sehen, minus µmg. Also ist x2 Punkt gleich minus µg. Eine Bewegung mit konstanter Verzögerung aus der Anfangsgeschwindigkeit V1. Also einmal integriert, heißt x Punkt ist gleich. Und jetzt nehme ich die Anfangsgeschwindigkeit, naja, minus µg mal t plus c1. Immer wenn man integriert, muss man plus c1 schreiben. Andererseits ist es ganz klar, t gleich 0, x Punkt ist V0. t gleich 0, t gleich 0. Die Anfangsgeschwindigkeit der kleinen Masse ist x Punkt gleich V1. Die bewegt sich ja wie der Waggon. Die Folge ist c1 ist V1. Die Geschwindigkeit, die absolute Geschwindigkeit, ist also jetzt x Punkt gleich V1 minus µg t. Und wenn ich das noch einmal integriere, dann kriege ich den Weg x von t, weil zur Zeit t gleich 0, x gleich 0 war. Das war ja hier diese Position. ist die Konstante 0, also schreibe ich gleich V1 t minus µg mal t Quadrat halbe. Die Bewegung des Waggons. Waggon, der hat die Koordinate y, also Masse mal Beschleunigung, m y 2 Punkt. Und der wird beschleunigt mit plus µmg, mit der roten Kraft. Die wirkt in Richtung y. Und Sie sehen, daraus folgt jetzt, dass das y 2 Punkt natürlich auch konstant ist. y 2 Punkt ist gleich µg mal Massenverhältnis. y Punkt ist dann µg m zu m mal t plus einem c. Na ja, c1 habe ich schon verwendet. Na, wir können immer wieder da c1, aber ich schreibe jetzt c2, c3 schreibe ich einfach. c2 ist da 0 gewesen. c3, für t gleich 0 ist y Punkt aber das w1. t gleich 0, y Punkt ist die Geschwindigkeit nach dem Stoß. y Punkt ist w1. Also ist klar, dass c3 ist w1. Damit ist y Punkt gleich w1 plus µg m zu mt. Und nochmal integriert gibt uns die Lage des Waggons. Und der natürlich keinen Rollwiderstand hat. Wir sagen, da unten passiert gar nichts. Die Räder, die rollen einfach dahin und den Widerstand. w1t plus µg m zu mt² halbe. Und nun ist die Frage, wann ist das Rutschen beendet? Ganz offensichtlich dann, wenn Waggon und Ladung gleiche Geschwindigkeit haben. Also Rutschen beendet, Ende des Rutschens, gleiche Geschwindigkeit. Es muss absolut gesehen, oder Sie können auch sagen, die Relativgeschwindigkeit y Punkt minus x Punkt muss 0 sein. Also es müssen beide dieselbe Geschwindigkeit haben. x Punkt muss gleich y Punkt sein. Ja, aber wenn jetzt die Masse dann an die Portwand ist, die Masse dann an die Portwand ist. Das wollen wir ja ausschließen. Ach so. Also zunächst, dass das innerhalb noch, wir können aber weiterrechnen. Ja, was passiert, wenn jetzt dann an die Portwand und dort noch ein Stoß ist? Ja, ja, das können wir schon machen. Also zunächst, Ende des Rutschens, wenn das gleich ist, unter der Annahme, klar, daraus kriege ich zum Beispiel ein t1, nicht? x Punkt von t1 gleich y Punkt von t1. Und wenn das x von t1 muss natürlich kleiner sein als die Länge des Waggons, nicht? Dann kommt er innerhalb der Ladefläche noch zum Stehen. Wenn wir das als Annahme nehmen, dass das nur ein einziger Stoß stattfindet, dann muss ich jetzt das x-Punkt nehmen. Sie sehen, da steht da v1 minus µg t1, müsste gleich sein w1 plus µg klein zu groß m t1. Und daraus folgt das t1, die Zeit, die man da ausrechnen kann, nämlich mit t1 zusammengezählt. Was ist denn größer, klein zu groß m ist kleiner, was ergebe ich da aus der Größe? Sowieso Summierung. Es steht also v1 minus w1 dividiert durch µg herausgehoben, glaube ich, mal 1 plus Massenverhältnis, m zu m. und v1 minus w1, das könnte ich natürlich aus der Gleichung hier nehmen. v1 minus w1, das w1 ist 1 minus y halbe, das müsste ich mir jetzt merken. Und das heißt also v1 durch µg, dann steht da v1 minus w1, habe ich gesagt, das ist 1 minus y halbe, durch 1 plus klein zu groß m, das schaut nicht schön aus, also werde ich das wegradieren. Wenn ich dann da oben 1 minus y schreiben und den 2 da vorne hergeben, dann habe ich vermutlich vielleicht, nein, da habe ich was anderes stehen. noch einmal, v1 minus w1, v1 minus w1, w1 ist ja sicher kleiner, ich weiß nicht, wieso ich ein plus habe, vielleicht ist das auch nur ein Druckfehler da. Also das kommt mir nicht ganz genau hervor. Ich vermute, dass diese, das war falsch, zurück, bitte, und da noch zurück, dass das richtig ist, nicht? W1 ist ja kleiner geworden, w2 wird größer. Ja, 1 minus y, das dürfte da also falsch im Skriptum sein, das Vorzeichen. Das ist die Zeit T1 und damit könnte ich den Rutschweg ausrechnen. Der Rutschweg wäre das x von T1 minus, sollte plus sein? Ja, aber v1 minus w1 ist 1 minus y. Ach so, weil ich ein 1 herauskomme, ja, ja, dann steht da plus, ja. Also es stimmt schon. Ich habe den Einser jetzt verloren, nicht, von dem 1,5. Der Rutschweg ist x minus y im Wagen, nicht? Von dem wir annehmen, dass er kleiner als L sein muss, nicht? Und x ist der Weg von m, also von einer festen Koordinate ausrechnen. Na ja, und da müsste man das T einsetzen, das wird dann ein bisschen eine längere Geschichte. x von T1 heißt v, 1 T1 minus µg T1 Quadrat halbe minus w1 T1, und weil das ja da ein plus T bleibt, da ein minus µg klein zu groß m T1 Quadrat halbe, und das soll kleiner L sein. Also daraus kann ich das S ausrechnen, den Rutschweg S, sagen wir, ist gleich so groß. T1 eigentlich, das ist mir zu mühsam, dass ich das noch einsetze da. Und jetzt angenommen nun, dass S sei größer, S käme da hier größer als L heraus. Dann ist ja ein zweiter Stoß von M mit Groß M an der rechten Bordwand, sozusagen. Dann müssten wir aber erstens sagen, ich setze, zu welcher Zeit ist das S gleich L. S gleich L gesetzt und daraus die Zeit ausgerechnet. Die nenne ich jetzt T2, das heißt also x von T2 minus y von T2 setze ich jetzt ist gleich L und rechne daraus das T2 aus. Wenn ich S gleich L setze. Naja, Sie haben recht, wie lang ist die Kiste? Also L Länge des Wagons ist nicht ganz richtig, Waggon minus Kistenlänge. Ja, zurückgelegter Weg sollte das sein. Also die sozusagen Kiste, Kistenlänge vernachlässigt als Maßenpunkt. Daraus käme jetzt das T2 heraus, aber das ist ja nicht ganz einfach, das ist jetzt eine Quadratische Gleichung, nicht? Naja, ich schreibe vielleicht doch richtig hin, weil es steht jetzt T2 Quadrat. Das nehme ich nach rechts. Da brauche ich nur ist gleich L schreiben. In der Gleichung S brauche ich nur schreiben ist gleich L. Ich nehme die T2 Quadrat. µ G T2 Quadrat halbe mal 1 plus klein zu groß. Minus. Minus. Dann steht noch W1 minus V1. Warten Sie mal. Ich gebe alles nachher rüber. Dann schreibe ich minus V1 ist ja größer. V1 minus W1 T1. Und dann schreibe ich plus L ist 0. Oh, nicht T1 T2. T2, nicht? Das ist jetzt die Zeit. Da raus. Und das V1 minus W1, das kennen wir ja schon wieder. V1 minus W1. V1 minus W1, haben wir gesagt, ist gleich. Das ist ein Halb 1 plus Epsilon. 1 plus Epsilon halbe, nicht? Also damit kann ich aus dem das T2 ausrechnen. Wird ein bisschen eine mühsame Gleichung, nicht? Mit dem T2 rechne ich jetzt die Geschwindigkeit der beiden aus. Mit T2 muss ich rechnen. Habe ich noch irgendetwas? V1 minus W1. V1 ist ja V1 und W1 ist ja V1 mal Epsilon halbe. Ich dachte, ich hätte jetzt, wenn ich V1 minus W1. Und W1 ist ja V1 mal Epsilon halbe. Ja, ja. Aber ich habe da eine Gleichung, wo steht 1 plus Epsilon halbe, nicht? Und wenn ich das V1... Ach so, ja, Sie haben recht. Wo steht das jetzt? V1 steht. Ja, ja. Da steht es. Sie haben schon recht. Da steht V1 jetzt. 1 plus Epsilon halbe. Also das V1 habe ich nicht hingeschrieben. Mhm. Also da hier ist jetzt das T zu rechnen. Mit dem T2 kenne ich jetzt das X-Punkt T2. Das ist jetzt die Geschwindigkeit von M. Als Geschwindigkeit von M. Und Y-Punkt von T2 ist die Geschwindigkeit von M. Und jetzt findet der Stoß statt. Das ist quasi jetzt meine Geschwindigkeit. X-Punkt und Y-Punkt sind die Geschwindigkeiten vor dem Stoß. Vor Stoß, nicht? X-Punkt und Y-Punkt. Und das bedeutet jetzt, ich habe da das kleine M. Da das große M. Beim kleinen M die Geschwindigkeit X-Punkt. X-Punkt 2, ich nenne es jetzt einfach mit Index 2. Und da die Geschwindigkeit Y-Punkt mit Index 2. Und offensichtlich ist ja X-Punkt T2 noch größer. Als Y-Punkt T2, nicht? Weil sonst gibt es keinen Stoß. Wenn das Ende des Rutschens vorher ist, haben wir es ja gleich genannt, nicht? Die beiden. Und das würde jetzt heißen, wenn wir sagen, na gut, das wird jetzt ein plastischer Stoß. Angenommen, Y gleich Null. Das nachher wenigstens mit E Ruhe ist und nicht wieder nach der anderen Seite fährt und da hin und her. Peppelt sozusagen. Sagen wir jetzt, Y ist Null. Dann können wir sagen, dass ja der Impulssatz genügen müsste. Mit welcher Geschwindigkeit fahren sie nachher weiter? Nämlich mit der gemeinsamen Geschwindigkeit. Sie haben beide gemeinsame Geschwindigkeit nachher. Das ist das U. Und dann muss klein M plus groß M, der Impuls, mal U gleich sein. Naja, dem kleinen M X-Punkt 2 plus dem großen M Y-Punkt 2. Und damit ist das überrechnet M X-Punkt 2 dividiert durch M plus M. 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 M.